Hey Freunde, gerade sind wir hier am Sonnencenter in Berlin-Neukölln. Und zwar wollte ich heute auch immer ein Video machen darüber, was es hier so abgeht. Ich war schon damals hier öfter als Kind in den 90er Jahren und damals ging es hier richtig wild zu. Und heute wollte ich mich mal vergewissern und erkundigen, was heute so geht. Wunderschöne Bauten, wunderschöne Art und Weise hier aus den spät 70er Jahren. Und ja, diese Brücke übrigens führt zu den ganzen Gebäude hier und verbindet sie auch gleichzeitig. Wenn ihr Lust habt auf diese Geschichte, seht ihr ein YouTube-Video in voller Länge auf meinem Kanal. Abonnieren nicht vergessen und Daumen nach oben.